Servus und hallo zu Forza Motorsport 7. Ich fahre mittlerweile mit Traktionsdingens da, ist aber die einzige Fahrhilfe die ich drin habe. Aber ohne brechen wir die Wagen einfach aus. Das war jetzt ein Rennen. 2 von 5. Jetzt kommt 3 von 5. Wunderbar. Schauen wir die Mods mal an. Was ist ein L-Bückverkauf? Ein Ausschalten. Was weiß denn ich? Ah, Favorit. Ich kann die tatsächlich favorisieren. Aber das ABS ist weg. Warum ist das immer weg? Kann man irgendwer das erklären? Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. ABS aus. Einsätze. Ich kann alles nur dreimal verwenden. Sehe ich das richtig? Sag mir das mal irgendwer bitte. Aber es ist sowieso immer aus. Ist die Aufstellung will ich nicht. ABS an. ABS an. Was? Motion Caption. Nein. 300. Das wäre cool, wenn da noch genau die Beschreibung von den Dingen da wäre. So. Okay. Gut. Dubai. Okay. Let's go. Ich muss sagen, das Spiel macht mir tatsächlich Spaß. Ich schaue nochmal, ob er hier irgendwas aus irgendeinem Grund wieder geresettet hat. Nein. Traktionskontrolle ist ein. Rest ist aus. Wunderbar. Warum startet er hier? Wie lange ist die Strecke oder habe ich jetzt gar nichts geschaut? Aber drei Runden? Okay. Geh weg. Ohne den Traktionsding wäre ich jetzt schon wieder raus gewesen. War nicht gut, aber gerade nur so in Ordnung. So. 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 Ja klar. Natürlich nutzten wir gleich mal aus, wenn der andere da so Zeugs fährt. Voll verbremst. Das ist auch nicht allzu lange die Strecke. 1,50m oder so. Da wollte ich einfach zu schnell sein. War nicht gut, aber... Das war überhaupt nicht gut. Natürlich überhole ich mich, weil... Das Spiel sieht schon schön aus, finde ich. Ich wollte es versuchen, ob es geht. Letzte Runde. Danke. Ich könnte zurückspulen. War grober Fahrfigur. Aber... Lass mir jetzt mal. Vielleicht schaffen wir es noch, oder fahren wir es noch mal. Ich muss nur den Neustart machen, bevor ich über das Ziel bin, weil sonst kann ich es nicht mehr anwählen in das Rennen, glaube ich. Wie ihr mich einfach von der Seite rannt. Ich hoffe, dass wir spätestens im Tunnel dann überholt haben werden. gut. Zielgerade. Jawoll. Sehr schön. Das war doch jetzt mal so ein richtig schönes Rennen. Finde ich. Bin zufrieden damit. Macht unsere Gesamtplatzierung eigentlich zweiter. Ja, weil wir im ersten total... Ah, okay. Wunderbar. Dann... Schauen wir noch, ob es irgendwie Belohnung oder so gibt. No. Das Spiel lädt natürlich wieder ewig. Okay. Ah, keine Belohnung. So. Jetzt sage ich aber vielen Dank fürs Ansehen. Wir sehen uns im nächsten Rennen. Servus.